Herzlich willkommen! Heute blicken wir nach Washington aufs Weisse Haus, wo Joe Biden, der eine zweite Amtszeit anstrebt, aussenpolitisch immer aktiver wird. Diese Woche rollt er den roten Teppich für Yun-Suk-Yol aus, den Präsidenten Südkoreas. Das Ziel ist eine engere Zusammenarbeit zwischen Washington und Seoul angesichts der atomaren Bedrohung aus Nordkorea und der Ambitionen Pekings. In der strategisch bedeutenden Asien-Pazifik-Region spielt Südkorea nämlich eine herausragende Rolle. Auf Satellitenfotos von Korea bei Nacht ist es im Norden stockdunkel, im Süden taghell. 75 Jahre nach seiner Gründung ist Südkorea die zehntgrösste Volkswirtschaft der Welt, aktives Mitglied der G20 und 40 bis 50 Mal so reich wie Nordkorea. Vor allem aber ist es führend in den Zukunftsbranchen Mobilfunk und 5G-Netzwerke, Robotik, Smart Cities wie zum Beispiel Songdo und Halbleiter. In Seoul lebt man ständig mit der Bedrohung durch Pyongyang, denn Nordkorea führt immer ausgeklügelterer Atom- und Raketentests durch. Deshalb ist für Südkorea das Bündnis mit den USA unverzichtbar. Aufgrund des Beistandspakts von 1953 sind etwa 30.000 US-Soldaten an der Demarkationslinie und im Rest des Landes stationiert. Regelmäßig finden gemeinsame Manöver auch mit Kampfflugzeugen aus Guam statt. Gleichzeitig scheint Seoul seinen Diskurs gegenüber dem anderen großen Nachbarn China zu ändern, das es als seinen größten Handelspartner lange Zeit wenig kritisiert hatte. Doch vor kurzem verärgerte Südkoreas Präsident Peking, als er der Agentur Reuters erklärte, Taiwan ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen China und Taiwan, sondern wie Nordkorea eine globale Angelegenheit. Bewegung kommt auch in die Beziehungen zwischen Tokio und Seoul, die lange Zeit aufgrund der früheren Kolonialherrschaft Japans nicht einfach waren. Aufgrund der chinesischen Bedrohung nähert man sich einander an und im März kam es zum historischen Händedruck zwischen Yunso Kyol und Fumio Kishida, Japans Premierminister, eine Zeitenwende in der Asien-Pazifik-Region. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald.